Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Tales from the Borderlands. Shatter-Mikrofon und am anderem Ende... I swear to fucking I'm gonna kill you. Ich hab was gesagt. Hast du nichts? Es kam nicht durch. Wow, danke, this girl. Oh. Wow. Wow. Ich hab extra ICH gesagt. Es kam nicht durch. Wow, Alter. Das ist wirklich nicht meine Schuld. We're doing it again. We're doing it again. Es kommt ins Beste auf. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Aufnahme von Tales from the Borderlands. Shatter-Mikrofon und am anderem Ende... Bitte in Gang 3 aufwäschen. Mein Chef, es tut mir leid. Ähm, ich habe ihn ja da mitgebracht. Ich dachte, der Kuss... Ach, da ist er ja. Nein, ich bin's ja. Ich bin's ja. Ich muss hier nur schnell in Gang 3 aufwischen. Warte mal. Ach so. Okay. Flawless, diese Anmoderation. Es hat auch keine 3 Anläufe gebraucht. Das ist eine sehr spezifische Angabe. Wie kommst du darauf? Keine Ahnung. 3 ist eine gute Zahl. Finde ich. Alle guten Digge sind 3. Okay. Fangen wir einfach mal mit Episode 2 an, ne? Ja, würde ich sagen. Ja, genau. Und, äh, nochmal, ähm, zur Information. Falls eventuelle kleine Tonprobleme sind, etwas zu laut oder zu leise. Ich versuche es im Nachhinein bestmöglich es geht, ähm, so einzustellt, dass es gut ist. Und falls es noch nicht so gut ist, lebt damit. Ein Hoch auf die Post-Production. Genau. Ein Hoch auf die Tier-Shadow. Außer der macht einen scheiß Job. Dann, bum, mit dem Post-Kommstier-Shadow. Nein, der macht schon gute Arbeit. So. Dann wollen wir doch einfach mal. Und los. Du bist ein armer Junge total verwirrt, weißt du das? Oh. Ja, dann, ähm, machen wir das doch einfach mal. Speichertaten. Oh, dein Start-Episor so. Okay, ja gut. Irgendwie erinnert er mich. Ja, so ein bisschen, ne? Der kommt einem so ein bisschen bekannt vor. Als hätte er irgendwo schon mal existiert. Ja. Eigentlich so typische CEOs. Möchte man sagen. Boah, ja. Nur, dass er jetzt halt nicht aus wie Jack. Ja, nee. Aber ich habe das Gefühl, sobald ich irgendwie so einen Typen sehe, so ein Scheitel, also nach Dealcamp, und dann hier so... Boah, weiß ich nicht. Okay, jetzt fang einfach mal an, ne? Ich sag jetzt einfach mal, Vorsicht, aber... Erik, lauf! Gibt auch, wo Leute, die Erik heißen. Ja, und sollte die so aussehen. Hm, das sind die schlimmsten. Ja, 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 ja. Es ist ein paar lange. Jeder weiß. Ah, wo war ich? Ah, ja. Two unlikely versions of one impossible story. The Hyperion Salaryman, who stumbled across the perfect plan to defeat his rival. But bad things can happen when you swim against fame. Hijacking the secret purchase of the ultimate prize, a vault key. Finding co-conspirators was easy. Finding real vault keys never is. Then, there's the Pandoran hustler, who conspired to sell a fake vault key. But unfortunately, plans don't often go, you know, as planned. A bullet saved is a bullet earned. And now, they were stuck with each other, with nothing to gamble, but their lives. So, they prepared to face psychos, warlords, even vault hunters. But betrayal, no one is prepared for betrayal. He didn't think she would shoot, but she did. The money was gone, but the path to a vault key was right under their feet. Below the arena, they found the Gortys project, Atlas's crown jewel, along with a lost king. Looking, looking, to regain his throne. Ich habe ein wenig Angst. Ich freue mich. Ja, ich auch, aber... Er zappert natürlich. Oh, you want to talk, Fiona? Oh, come on, you drolled on me! Huh? Oh, yeah, that's a... Wow, that's a lot. I am feeling a little dehydrated. What is wrong with you? There, now we're even. Boah, weißt du an wen er mich jetzt erinnert? So bischen Anakin Skywalker, ne? Minimal. Naja, also, ne? Ja, wieso ne 3 Anakin Skywalker? Klasse, die Frisur stimmt nicht. Naja. Ah. I-e-e-e, wie ist er immer noch Standy Ipkes? Also, Jim Carrey, ne? Can I please hit him once? Just to get it out of my system. Vielleicht bekommt er noch die Maske. All this animosity is not good for me. Just one. What? Au! Okay, I'm good. Good. You punched me in the neck. Let's go. Now, where were we? Well... What is it? I... Rhys. What is it? You, uh... You all right? You're, uh... You're acting kind of weird, Rhys. Weirder than usual. Rhys is just excited. He's all right. He... Is he? You know, just probably need some air. Das he? So, uh... Upstairs, where there's more air, because it's higher and... Hey, what's up with that map? Computer, enhance! I don't think I can hear you. Oh, that's what it wants us to think. You hear me, machine? I'm on to you. In... Hans. In... Hans computer images. Stop it! This is not how computers work. Where are you from? You don't just yell enhance at the screen? Maybe I can... Can? Make up a legend on the scene. Not toll. That's kaputt gemacht. I'm okay. Did you break it? Did you break it? Go ahead, Fiona. Pick it up. Fiona, you touched it once already. Yeah. I don't understand. You and Reese are the only ones that didn't shock. Maybe they're somehow imprinted on you. Vintage Atlas. Uh, incredible! Retinal scanner online. Security protocol engaged. Retinal scan required. Please step forward and identify yourself. Uh, maybe we should get out while we have the chance. That map could lead us to a vault. We're not leaving until we know exactly where it's telling us to go. Please step forward and identify yourself. Yeah, 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 yeah. Ich würde mich gerne noch ein bisschen umgucken. Oh, Entschuldigung, dass ich mir das Spiel ein bisschen genauer angucken will. There is someone in there. What do you mean someone? Who is it? Are they alive? No idea who it is, but they are very much not alive. Hmm. Ne, Jack kann da nicht drin sein, oder? Vielleicht? Wer jetzt die erste Schlussfolgerung, die ich ziehen würde, weil wir haben ihn letzte Folge erst gesehen. Ja, gut, aber wer hat denn denn da, bitteschön, von der Kammer aus dann hierher geschliffen? Professor Nakayama. Ja, okay. Ich glaube, ich sollte so gehen, wie das. Ach, meinst du? Ach, okay. Steve Muskel. Nein, der geht, wollte ich gar nicht. Ich bin da so gewohnt. Ja, ich weiß. Klicken zu verlassen. Ich weiß, dass ich wollte es gerade darauf ansprechen, dass es da drauf steht. Ein, das, 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 das schmattest. Retinal scan failed. Employee not recognized. Alerting General Pollux. Oh, crap. Das ist wahrscheinlich nicht... Wait, du hörst das? Wer ist im Schrank? Dem hier, ne? Mhm. Klingt sehr danach. Ja. Rise and shine. Good morning! Get ready to greet another bee! Okay, yeah, that's exactly what I thought I was gonna see. Beautiful day. Well, now all we have to do is get his eye to that retinal scanner. Oh, maybe we can just scoot him over to the computer. Oh, okay. Oh, okay. Come on, you're heavy bastard. Come on! 20-70 kg. I'm stuck. Wow, that's not gonna work. He's wedged in there pretty tight. Now what? Well, it's a retinal scanner, right? We don't actually need all of him for that. You're right, but... Well, then again, this is Pandora. Hmm. You need to find something to cut his head off. Or at least his eye. Now... I would say... Take the spark. Oh, hey, it's a spoon and a fork. Ha! How about that? Oh, wait, that's not... Yep. The guys gotta come out one way or another. Mm-hmm. Delicious. Um, do we have another option? Maybe? Nope. Really? It's the only thing that we have to do right now. Uh, shit. You know you want it. Maybe I want. No, just use him. Fine. That's my uncle. What do we have? What do we have? How much he got? Not that much. You think a general would have more walking around money on him? How much do we have? How much do we have? 420. Blaze it. What do we have? Look at his uniform. Atlas military. High ranking at that. How much do we have to do right now? He's eyes are pretty creepy. You're basically doing him a favor. I'm not sure if he would agree. I'm not sure if he doesn't sleep with his eyes. Duhhhh. Gandalf is still with black eyes. Ehhhhh. Na gut. Na gut. Dann wollen wir doch einfach mal. Na dann. Guten Appetit. Okay. This is... Okay. Ah. Ja, du musst es tun. Ich muss es tun. Ich muss es tun. Ich meine, schnell ihm doch einfach den Kopf mit dem Gürfeln ab. Warum musst du es so sagen? Ich bin nur gesagt. Du kannst es schon tun. Okay. Die sexuelle Spannung. Auf dem rechten Auge ist er eh blind. So wie in Halbdeutschland. Da. Komm schon. Hier geht's. Oh Gott, quickt. Oh, hi. Oh, ha, ha, ha. Nein, das nicht mal quickt, aber es ist einfach nur so. Ich sehe dich. Ja, so weit ist es so gut. Stopp mit mir. Ich mag das nicht. Hallo. Oh, nein. Kann ich. Ich muss Tasten drücken. This is me helping. You almost got it. Just cut the thing, holding it to the thing. Ja, ja, do the thing. Aha! Ich habe es! Ich habe es! Ich habe es! Ich mache es! Ich habe es nicht. Seht ihr euch immer alle so an. Du bist jetzt am anderen Ende des Dinges. Ne, ich hab das auch schon tausendmal gemacht. Also nicht diese spezielle Situation. Nur, weißt du wie viele Augen ich ausgerissen habe? Wir müssen darüber sprechen. Nein, wir nicht. Oh! Oh! Was ist, Old Haven? Du willst nicht da gehen. Es ist eine Atlas-Mining-Town. Es wurde seit Jahren verabschiedet. Es ist nicht. Das macht es den perfekten Ort, um ein Gordas-Projekt zu lösen. Whatever das ist. Oh Gott, verdammte Scheiße. Roland, du hättest das damals beenden können. Oh! Oh! Gotti! Oh, nein. Das bedeutet, er war... Oh, wenn du... Oh! 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 Ich glaube wir gehen nach Oldhaven. Rhys, du willst einen Blick auf... Dirk, Dirk. Ich bin gut. Du brauchst unsere Hilfe? Nein, ich bin gut. W-w-w-wait, was? 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 Oh, right. Jack. Jack. Das, meine Damen und Herren, ist die Gordes Projekt. Und es wird uns in eine Vault. Und dann werde ich dich wahrscheinlich töten. Was? Okay. Hier wird es passieren. Du, äh... Entschuldigung, äh... Was ist dein Name wieder? Nein. Oh, das ist. Oh, gut. Du funktioniert für mich. Ich habe gedacht, ich hatte das geholfen im Moment für einen Moment. Oder noch. Ich denke... Tanaya Best time Your frenemy It's a good scope What's going on? What? No, 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 no Why did that just happen? Oh, shut up Are you screaming because you're in pain Or are you just freaking out because this is I'm pretty dumb I'm pretty dumb Please don't kill me I'm trying to help This is This doesn't make any sense Stance Damn it Stop doing that Handsome Jack died Down on Pandora, I mean Here on Pandora No, 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 no That's impossible Oh I can't die That's Stupid No way Look You Kind of deserved it I'm sorry Deserved it? I brought Order To this piss hole of a planet No, 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 whatever your intentions really were You went way too far Oh, you can't even begin to understand my intentions You think I haven't had to make sacrifices? Too many people die Too many people die Give me a break That's what people do No, 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 no I'm, I'm, I'm handsome Jack I don't die Hey, there's too much left to do I'm not, not happening, not happening Hey, give me a cupcake Just let me try to rip your throat out one more time Just one more time, give me What? No, no Ah, you see, I think I just gotta be quicker about it That's what it is Jack For real, you're dead Deal with it Killing people That's how I deal with things Come on, just, just, just let it happen You're so stupid Watch your head to me Do you need our help? Whoa Freeze So Much Pain Why am I Still conscious? I don't understand Reese, hey You alright? What the hell are you doing? You're acting Strange Is everything okay? I know that sounds weird, but I just I just saw handsome Jack What are you saying? Handsome Jack He was, he was next to me Right Okay Well you had quite a spill there Let's just get you up off this thing Here you go You know these fumes can't possibly be helping Oh That must be pretty out of it Oh I must be pretty out of it Oh I'm seeing stars Shooting Stars Stars Dance? Is that really Moonshots? Moonshots? Really? Moonshots? We need to get out of here Hey Lotabot The Lotabot Lotabot Hey I can be of assistance Friend Thanks Get in We gotta go Okay Okay Wir haben es scheinbar mit einer früheren Version von Headsome Jack zu tun Why is Hyperion trying to kill us? Don't you work for those guys? No, I'll file a complaint with HR when we get back But we have to not die right now We used our boost getting out of there How long till it recharge is? A few minutes at least Give me the wheel What? Why? I'm not hearing a good reason I'm not hearing a good reason You can track us there You better know what you're doing Okay, just what we're gonna do Just keep us alive until that thing is full And then we can boost out of here Got it? Yeah, I got it, I got it I don't got it I 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 got it Fiona! Help! Fiona! I got it How could this happen to me My arm I'm bleeding I got it I got it That's it Ohohohoho Guck ma! Kleine Mutter Aaaah Klammer Gegner, ja? Raghype That's a Raghype It's not awesome Yeah Freeze Jetzt komm schon der Sinten nach Rags. Und mich in Hive! Mach mal was. Das ist Reiss! Oh, crap. Oh. Oh. Was? Ich denke nicht, dass ich das Ding nicht mehr kann. Wir können es nicht aufhören. Nicht mit diesen Schäden. Wir haben alle die Kraft, die wir brauchen. Was ist das? Hit it. Wow! Jetzt ist das Pandora-Style! Das ist das Pandora-Style! Nein! Nein! Ah, schöne Socken! Ich liebe es! So gut! Spieglein, Spieglein in der Luft, wer ist hier der schönste Schuft? Ja gut, Handsome Jack, stimmt! Da ist der! Keiner? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Holo von Jack einfach so eine Kopie ist vor dem Kampf. Mit dem Krieger. Oh nein! Wir werden auf der Welt den Kopf tun. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein!